Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Das Video liegt mir auch persönlich sehr am Herzen und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr bzw. euer Computer, wenn man es genau nimmt, tatsächlich helfen könnt, Krebs zu besiegen bzw. generell alle möglichen Arten von Krankheiten wie auch Alzheimer, Parkinson, Influenza sogar und viele, viele andere. Das heißt, wir wollen uns heute angucken, wie wir auch wirklich einen riesigen Beitrag leisten können, um solche Krankheiten zu besiegen und dafür gibt es eine Software, die nennt sich Folding at Home. Und ja, was man da macht, ist eigentlich relativ interessant und zwar besteht ein großes Problem darin, die Faltung von Proteinen, also dreidimensionale Faltung von Proteinen tatsächlich korrekt zu berechnen, weil da einfach so viele Kräfte auf diese Moleküle einwirken und Proteine sind einfach das, was in unserem Körper wirklich für alles verantwortlich ist. Also für zum Beispiel eure Augenfarbe, ob eure Nase grumm oder gerade ist, ob eben auch euer Körper Krebs produziert bzw. einzelne Zellen zu Krebszellen mutieren und so weiter und so fort. Und natürlich auch bei Viren, wie Influenza-Viren zum Beispiel auch welche sind, ist das natürlich super, super wichtig, dass man da weiß, wie sich die Proteine eigentlich falten. Nun wirken auf diese Proteine so viele Kräfte, dass ein einzelner Rechner, selbst der stärkste Rechner der Welt, der schafft das einfach nicht. Und deswegen gibt es eben Folding at Home. Da wird quasi wirklich gesagt, wir lagern die Rechenleistung auf jeden aus, der dieses Folding at Home verwendet. Und das Spannende ist natürlich, ihr könnt Teil dieses Rechennetzwerkes sein. Ja, das Ganze ist natürlich auch mit Kosten für euch mehr oder weniger verbunden, weil ihr im Endeffekt die Rechenleistung bei euch bezahlen müsst. Ihr müsst hier Strom bezahlen und das Ding ist natürlich sehr, sehr rechenintensiv. Das heißt, es wird eure komplette Hardware auslasten. Grafikkarte und CPU wird hier einfach komplett verwendet, um diese Berechnung durchzuführen. Und das Ziel sind eine Million Leute, die da wirklich mithelfen. Und ich möchte natürlich auch euch davon in Kenntnis setzen. Ich habe da zumindest nichts davon mitbekommen, bis mir einer von euch, also ein Abonnent, der hier auch gerne was schreiben darf, den werde ich dann anpinnen, mir von Folding at Home berichtet hat. Und was ich jetzt eigentlich mittlerweile mache, ist eigentlich, ich lasse das in der Nacht durchlaufen, wenn ich den Rechner eh nicht brauche. Außer natürlich, ich rendere gerade ein Video und das braucht die ganze Nacht. Dann bringt das nicht so viel, wenn ich da folde, dann habe ich keine Rechenleistung mehr. Aber wenn ich mal eine freie Nacht habe, sozusagen, wo mein Computer nicht gebraucht wird, dann läuft da Folding at Home. Und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal, wie ihr das Ganze installiert. Deswegen hier auch tatsächlich direkt die Webseite. Ihr habt hier den Installer, der ist für euer System richtig eingeblendet. Und ja, wir sind jetzt gerade unter Windows, weil ich hoffe, dass ich hier auch noch mehr Leute erreiche, die vielleicht einen Windows-PC zu Hause rumstehen haben, den sie da verwenden können dazu. Ich weiß, in meiner Community sind sehr viele Linux-Nutzer dabei. Aber Linux, ihr kriegt das auch ohne mich hin. Das ist eigentlich auch nicht so schwer. Es gibt hier unter alternativen Downloads, gibt es dann für jedes System wirklich das, was ihr braucht. Windows, macOS, Debian, Mint, Ubuntu und Red Hat, CentOS und Fedora. Und ja, da gibt es im Endeffekt alles, was ihr braucht. Bei Arch ist es sogar in den Arch-User-Repositories, falls es jemanden interessiert. Okay, und was ihr dann bekommt, ist diese wunderbare Download-Datei hier. Einfach diese Datei ausführen und dann wird hier tatsächlich direkt der Installer gestartet. Wir akzeptieren natürlich die Nutzerbedingungen. Ihr solltet euch das vielleicht nochmal kurz durchlesen. Könnt ihr sogar die Express-Installation verwenden und relativ schnell ist das ganze Ding fertig installiert. Und dann könnt ihr es schon direkt starten, indem ihr hier StartFoldingAtHome sagt. Und ihr seht, das Ganze connectet sich über euren Browser. Da könnt ihr den Zugriff zulassen. Das ist quasi ein Server, der im Hintergrund läuft. Und ihr habt über euren Browser direkt die volle Zugriffsmöglichkeit über alles. Und ihr könnt hier das Ganze einfach komplett anonym starten. Ihr könnt aber auch eine Identität aufsetzen. Wir wollen das jetzt einfach möglichst schnell starten. Deswegen sagen wir hier Start und das Ganze anonym. Und hier sehen wir auch direkt meine Hardware. Wir haben hier eine CPU. Ich hoffe, jetzt fange ich nicht direkt laggen bei der Aufnahme. Und wir haben hier eine CPU, die wird gleich ausgelastet. Wir haben eine Grafikkarte, die wird ausgelastet. Und jetzt sehen wir hier, wir können auch die Power einstellen. Also wie stark wir den Rechner komplett ausgelastet haben wollen. Und wir sehen hier auch, wir können das machen, nur wenn wir idle sind sozusagen. Das ist natürlich auch super gut. Wir können aber hier auch wirklich sagen, wir machen jetzt volle Rechenleistung bei allem. Das dauert natürlich ein bisschen, bis es ein bisschen am Rechnen ist. Und ihr könnt hier oben sogar einstellen, welche Krankheit ihr eigentlich heilen wollt. Aber ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich leider von allem schon betroffene Patienten gesehen habe. Und deswegen ist es mir eigentlich relativ egal, welche Krankheit zuerst geheilt wird. Sollen sie bitte einfach machen. Die benutzen das dann, nämlich diese Information. Mit denen können sie dann quasi sagen, wir heilen jetzt zum Beispiel Krebs. Oder wir können hier ein Heilmittel gegen einen gewissen Krebs entwickeln. Also es gibt ja nicht den Krebs, sondern es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Krebs. Aber da wird natürlich dann immer geguckt, was jetzt da eben gerade am relevantesten ist. Unten in der Taskleiste findet ihr dann auch Folding at Home quasi als Client zur Verfügung. Ihr könnt euch auch anzeigen lassen, wie dieses Protein aussehen soll aktuell gerade. Das finde ich auch relativ interessant. Und ja, vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Ich finde nur interessant zu sehen, was da eigentlich gerade im Hintergrund passiert. Aber es ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich bin kein Experte dafür. Ich habe ungefähr gar kein medizinisches Wissen. Oder halt ein bisschen, ja, aber nicht wirklich viel. Aber manche haben hier natürlich deutlich mehr Ahnung und können vielleicht da auch was Interessantes dabei sehen. Gut, das war es von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.